Rammus ist, glaube ich, eine gute Wahl, oder? Ich versuch's mal mit Rammus. Kann man hier irgendwie bearbeiten? Pike hat... Das passt nicht ganz hier. Das passt nicht. Nehmen wir den und dann nehmen... Und wir nennen das schnell noch um, nämlich Rammus. Save. I will snowball now. I like snowball. I like snow. Mein Team versteht sich. Sie mögen alle so ein bisschen dasselbe. Ich glaube, Taunt brauche ich nicht zu gehen. Das ist hier gerade als erstes aufgelistet auf ProBills. Aber die haben wahrscheinlich invaded. Bedeutet, ich skille keinen Taunt. Ich bin ein böser, stacheliger Fußballer. Krass, wie der seine Stacheln ausfährt bei dem Skin. Interessant. Jarvan ist ja wohl nicht hier. Doch, Jarvan ist hier. Verdammte... Okay, Flash ist raus. Jarvan ist hier as well. Gut, okay. Dann ist es halt nicht meine Krabby. Ich wollte die eigentlich haben, aber gut. Der will sie aber, du. Hat der meinen Blubuff gemacht? Nein, das ist immer noch sein... Sein einer, den er hat. Oh shit, das hat nicht funktioniert. Als ob... Als ob der überwirkte. Das war ja schon sehr frech. Oh lol. Ich habe ihn angerollt, aber dann irgendwie doch nicht. Mist. Hierher ein Like 5 Entry. Ich hätte auch den Mitfarm jetzt, glaube ich, nehmen können. Ja, egal. Komm jetzt! Das war todesgut von mir. Das war nicht gut von mir übrigens, ne? Lasst euch da nichts einreden, shit. Lasst euch bloß nichts einreden von mir. Glaubt mir kein Wort, wenn ich solche Sachen sage. Katja, nein! Ich habe ja meine Lane auch einfach abgegeben, damit ich... Oh, schön. Oh, das war schön. Damit die in die Mitte kann. Die wollte ja in die Mitte. Ich glaube, die hätte nämlich auch Kata... Kata Jungle gespielt, wäre ihr komplett egal gewesen. So, nachdem könnte ich Level 6 sein, dann gehe ich auf die Top Lane. Aber die hat gerade gewordet. So, ich gehe also wieder auf die Top Lane. Ich rolle. Und ich rolle nicht mehr. Oh, lol. How to Kata! Ich hätte da jetzt einfach draufhalten sollen. Worth, ne, ja. Für uns schon jetzt, ja. Ich habe da durch Erfahrung bekommen. Das ist schon mal ganz cool. Jetzt gucke ich, dass ich den Red Buff kriege. Der jetzt erst abkommt. Das ist schon mal ganz cool. Das ist schon mal ganz cool. Ist doch mal so. Ich habe einen, das ist. Ich stehe 0,3. Ich glaube, ich soll doch nicht meinen W-Skillern als zweites, sondern mein E. Ja. Mist. Ich wollte ihn jetzt, also ich wollte nicht ulten, weil sonst hätte ich den Kill gekriegt. Aber ich wollte den Kill gar nicht. Nein, ich bin ein genügsamer, Rammus. Mir reicht ein Assist. So. Hallo. Hallo. Ja, okay. Dann nicht. Dann nicht. Das war jetzt nicht unbedingt, wie ich das geplant hatte hier. Ich wollte die anrollen und töten und so. Oh mein Gott. Ah, ich rolle dich über den Haufen. Du kannst nein und kommst mir nicht. Okay, reicht wieder. Auto gespielt. Ja, gut. Das war meine Promo. Tschüss, Promo. War schön mit dir. Ich wollte auch, also beim nächsten Mal sehen wir uns vielleicht nochmal wieder und dann schaffe ich das.